Hey Leute, da sind wir wieder. Ich wollte euch nur ein kurzes Infovideo machen. Und zwar, heute nicht vergessen, um 18 Uhr unserer Zeit beginnt das Doppelgold-Event. Das heißt, spart all eure Kopfgeldaufträge heute. Benutzt sie erst ab 18 Uhr. Und vor allem eure Energie. So dass ihr um 18 Uhr ca. voll ist vielleicht. Das wäre echt gut. Weil Doppelgold, das bringt echt viel. Sehr viel Staub. Und habt ihr auch Glück auf ein paar Legends. Und natürlich in 7 Stunden beginnt der neue Clash. Ich finde die Belongungen zwar nicht so cool, bis Rang 5000 bekommt man immerhin noch ein Epic-Paket. Und ja, das ist schon cool. Ich werde natürlich am Abend dann ein Video hochladen, wenn das Event begonnen hat. Ich wollte euch mal ein bisschen zeigen. Der Anfang ist leider etwas langweilig, ganz bestimmt. Aber naja, mal sehen. Vielleicht machen wir da was draus. Na dann, bis heute Abend. Ciao.